komm guck raus nur eh mal ganz kurz ich hab noch was für dich klingt ruhig klingt ruhig klingt ruhig klingt ruhig klingt ruhig die bewegt sich auch so cool finde ich, das sind so Details ich mag so was ich weiß, er guckt die ganze Zeit der Glühre auf der Arsch aber ich muss mich hier konzentrieren kann ich wahrscheinlich mit A runter ok, ich glaub das ist viel los Tut doch nicht. Gibt doch noch irgendwas. Scheint nicht. Und du lebst du auch noch? Lebt er noch? Pistol mag ich irgendwie am liebsten. Leitzehntel Oktober 1990. Über die Jahre gab es andere Überlebende, aber ich hab sie stets gemieden. Und liefen sie mir über den Weg zeigte ich keine Gnade. Aber nun brauch ich andere. Um voranzukommen, muss ich die Insel beherrschen. Also werde ich eine kleine Gruppe loyaler Gefolgsleute um mich scharen. Sie müssen begreifen, wie wichtig Macht und Organisation sind. Und noch wichtiger, sie müssen ohne Zögern töten können. Denn das wird ein Teil ihres Lebens sein. Sie brauchen Struktur, ein Ziel und Arbeit. Und wenn die Insel mein ist, werde ich das wahre Geheimnis der Stürme lüften. Okay, der ist ein bisschen durchgeknallt. Jetzt sind sie noch irgendwie höher. So, Moment. Wo die jetzt wahrscheinlich runterkommen, kann ich die Strecke noch mal hin. Wir holen sie. Wir holen sie. Okay. Let's head over. Oh! 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 So fies Tricksick Schön Ich hab euch gewarnt, Jungs Ich bin ein ganz liebes Mädchen eigentlich Aber wenn sowas kommt, dann Okay, kein Spaß, wenn mir das Hösi anbrennt Gibt's immer nie Oh ne, scheiße, was ist das? Was kommt denn jetzt? Und jetzt los Was ist mit dem los? Was ist mit dem los? Was ist mit dem los? Hab doch nicht so gedubt Was ist mit dem los? 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 Ah, ich komm was zum Denker Was ist mit dem los? Was ist mit dem los? Was ist mit dem los? Malera, wir sind ein gutes Team Ich nehm dich in meine Facebook-Friendlist auf So, was haben wir dann hier? Platz Blinky Blinky Teile gefunden, sehr schön Hat doch irgendwas geblinkt noch Oder hab ich mich doch versehen Das hier Tricksbude Gibt's nix Gibt's nix Gibt's da Ratten Wer hat schon Halleskritt? Doof, dass ich nicht selber ein Feuer schon mal kann Die Dinger anzüge Oder so Irgendwie immer drauf Auf so'n Auf das Zeug drangewies Warte, um irgendwann noch ein Feuer schon Warte mal, ich geh mal Das hört sich mal so an, als wir hier irgendwo Feuer schon Das hier auch jetzt Immer mit Nole Das ist schön hier Couch rinnen Ein bisschen Feuer schon Gucken wir mal zur Aushalle Ne, ist der Scheiß jetzt da runtergefallen So, wir müssen jedes Teil holen, was wir hier kriegen Damit wir unsere Waffen upgraden können Damit wir hier Crysis 3 Bogen haben und so Versteht ihr, wie schwierig So, ein paar Tote Die Erkennungsmarke eines Soldaten Ich erkenne das Kanji nicht Wurde so etwas im Zweiten Weltkrieg benutzt? Ne Ne, da passiert nix Wo muss ich denn noch hin? Ich muss doch irgendwo hoch noch Warte mal ein bisschen Nix Ich geh auch dann hin Jetzt gleich noch drüber Ob hier noch irgendwas ist Nichts Ist mir zu lang, zu ruhig Ich beschwöre es jetzt aber nicht herauf Es kann ruhig bleiben Also ich bin Ich bin eine Entdeckerin Das ist gar kein Problem Ähm Kann ich da hoch? Ich geh hier schon noch hin Jawohl Wir können mal Nämlich die Ausrüstung Mal verbessern Meine geliebte Pistole Magazinerweiterung Brauchen wir nicht Gemeistert Gemeistert Schnellfeuer Bei der Malen gedrückt Um den Modus aktivieren Salve-Modus Schnellfeuer-Modus Dann machen wir das noch immer So Haben wir hier irgendwas noch? Ja Hier haben wir sogar noch was Tagbuch 17. September 1982 In meinem Geist formt sich ein Plan Um die Macht der Insel zu erschließen Muss ich erst begreifen, was hier geschehen ist Ich brauche Zeit und Platz, um den Ort zu studieren Es gibt hier viele Geheimnisse Die wichtigsten davon sind die Ruinen eines alten japanischen Reichs Und eine mysteriöse Königin Mit ihr begann alles Ich werde hier die Neukönigin Ganz klar Sieht man doch schon Gummatisch Alles durchgemacht Ist ja wohl logisch, oder? Ich kann ja eigentlich gar nicht noch was Ganz schnell Mann, ey, das Kabel von meinem Kopfhörer Bandelt mir immer da hier am Gamepad rum Sieht cool aus hier Das ist vielleicht wieder der Hochkabel Okay, los geht's Pass auf, irgendwas stimmt hier nicht Oh, scheiße Geh ein paar weiter Nichts passiert Weiter, weiter, komm Ich muss schon gleich knapp stricken So zum Jumpen oder irgendwas Mann, die machen das aber auch spannend hier Ach, du Scheiße Ach, Gott Nein, was machst du Ey, leg mir, wird's ganz komisch Und kribbelig Ich hab' die Höhe angestiegen Ach, du Scheiße Aber komm, hoch Oh mein Gott Mich hat doch keiner hochgerät Alex? Lara Ich bin jetzt soweit Okay Der Turm müsste das Signal des Senders verstärken Okay Gut, such den Notkanal Und warte auf ein klares Funksignal Bevor du den Notruf absendest Hey Wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können Danke Ich höre gar nicht da oben Könnte ich auch drunter drücken Warte, sind jetzt Muss ich schon Oh, jetzt muss ich schon in den Ort machen Ich bin jetzt Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon, komm schon. Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Hier ist Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Wir hatten kaum noch Ordnung. Wir auch nicht. Wir können die Frage verorten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Ja, Lara Croft, du bist meine Heldin. Hey, hat Ray S. gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Ein Signal. Ja. Ein Feuer. Benzin, Flammen. Das kriege ich hin. Habt ihr ja gefragt, wie kommst du mit da da runter, ne? Okay, los geht's. So kommt man definitiv runter. Tja. Was ist denn hier mit der Siegstort? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier bei der Siegstort schlicht? Was ist denn hier mit der Windgerpfeil? Vers denial- Wir Californischen Genau das.